Ich habe hier eine ganz frische Top-Trainer-Box von Obsidian Flames, Obsidian Flammen, neuen Booster und eine fantastische Promokarte und das gucken wir uns jetzt mal an. Los geht's! Ah, und dafür muss natürlich Krokel sich einmal durchfressen. Oh, ihr seht Krokel gar nicht, aber Krokel ist natürlich heute auch wieder am Start. Folie wird befreit. Ihr kennt ja die Top-Trainer-Box mittlerweile, ihr wisst ja, was da so drin ist. Aber heute würde ich doch nochmal einen kleinen Blick in das Heftchen werfen, um einfach nochmal zu gucken, wie viele Trainer, das ist jetzt gar keine Trainer-Gallery, wie viele Illustration-Rares es denn überhaupt gibt, weil ich glaube, das sind gar nicht so viele. Hier fängt das Ganze, glaube ich, an. Ja, es fängt mit Duflo an. Hier haben wir Vulnona, hier haben wir Delfinator und dann sind wir auch schon auf der nächsten Seite. Hier kommen auch schon ein paar Full-Arts. Hier sind welche, hier und hier drüben sind auch zur Hälfte Full-Arts und erst ab hier sind dann auch wieder die Größeren und bis hier. Es sind gar nicht so viele, also von den selteneren Doppelstern-Illustration-Rares. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs nur. Sechs nur und zwei davon habe ich schon. Das ist ziemlich cool. Dann ist natürlich ein Teil der Quest heute noch mehr von den Illustration-Rares zu sammeln, weil die versuche ich zu vervollständigen. Nicht ganze Sets, sondern eben nur die Illustration-Rares, weil ich die am schönsten finde. Hoffentlich befindet sich in einem von diesen neuen Boostern etwas davon, aber wir gucken uns natürlich, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, die fantastische Promokarte an, die tatsächlich auch einfach in dem Set drin sein könnte. Ja, Glumander, was hier ganz zornig das Taubsee von drin beobachtet. Ach, hier unten ist noch ein Taubsee. Also das ist wirklich auch eine fantastische Karte. Ich muss sagen, die Top-Trainer-Boxen, seit Karmesin und Purpur, mit den Promokarten, die sind wirklich fantastisch. Also die sehen wunderschön aus und ich bin wirklich froh, dass wir sie in den Top-Trainer-Boxen bekommen. Bedeutet, die sind extrem günstig, was ziemlich cool ist, weil das sehr, sehr schicke Karten sind, die somit für sehr viele Leute sehr, sehr günstig und schnell zugänglich sind. Das ist eine ganz feine Sache und auch Glumander ist wirklich wieder fantastisch. Also die sieht wirklich so schick aus. Die kommt auch in meinen Illustration-Rare-Ordner, auch wenn ich jetzt nicht hinterher bin, unbedingt alle Promokarten Illustration-Rare-mäßig zu sammeln. Achso, ich gucke mal hier noch. Ich glaube, ja, die Würfel haben auch alle wieder dieselben Farben, außer der Hauptwürfel. Da gucken wir jetzt nicht genau weiter rein. Ja gut, und ich kann natürlich auch noch mal die Sleeves zeigen. Die sehen wie immer genauso aus wie die Top-Trainer-Box von außen. Glumander, ganz nett, viel besser ist die Promokarte. Aber hier sind die neuen Booster und darin verstecken sich hoffentlich noch mehr Illustration-Rares. Aber nicht nur auf die habe ich es abgesehen, sondern ich habe vor, wieder aktiver zu spielen. Und dafür brauche ich auf jeden Fall auch entsprechende Karten für mein Deck. Das heißt, hier, Taubsi, da bräuchte ich einmal Taubers. Mehrfach Taubers auch, weil ich Bock habe, das mal auszuprobieren. Ich habe Bock auf Hornweisel, das Headquarters natürlich super. Generell ein paar Trainerkarten. Kann man immer ein Playset von gebrauchen. Und es geht direkt los mit einem Double Rare, Double Goldstern-Illustration-Rare-Hit. Mann, das sind komplizierte Namen. Es ist einfach eine seltene Illustration-Rare mit Revelroom EX. Das ist fantastisch. Die habe ich sogar letztens, gestern, bei Ebay auf Beobachten gesetzt, weil ich da eine günstige Copy gesehen habe. Uh, und dahinter noch ein Choraidon. Ja, weil ich eine günstige Copy gesehen habe, die kann ich jetzt direkt wieder löschen von der Liste. Ist absolut keine teure Karte. Aber so muss ich sie mir trotzdem nicht holen. Und ich habe, was hatte ich gesagt, acht Doppelstern-Dinger gibt es. Und jetzt habe ich schon drei. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Und das Choraidon ist auch sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ist, glaube ich, keine sonderlich spielbare Karte. Ich meine, vielleicht kommt es noch. Der erste Angriff 20 und dann auch nochmal zweimal 20 auf der Bank für eine Energie. Und 230 für drei Energien. Ist jetzt nicht so schlecht, aber das andere Choraidon hat definitiv die bessere Ability. Deswegen glaube ich, dass man das erstmal nicht spielt. Aber es ist auf jeden Fall keine ultra schlechte Karte. Von daher sollte die irgendwann mal gut werden. Habe ich die jetzt auch in meinem Ordner und kann natürlich benutzt werden. Swablu. Glimit. Ach ja, die Entwicklung. Glamora. Oh yeah. Und es ist eine Komia-Karte. Muss ich mal gucken, ob ich die schon habe. Glamora EX nehme ich auch. Also hier sind generell ein paar EXes drin. Leider nicht. Die ich gern mal irgendwann testen würde. Oder für den Fall, dass daraus mal richtig krasse Decks werden. Dann sollte ich die natürlich da haben. Aber ganz oben ist natürlich Glurak. Das große Glurak-Set ist das ja eigentlich. Also ich habe auch eine Liste gemacht von den Top 10 teuersten Karten. Da könnt ihr auch gern mal reinschauen. Verlinke ich euch hier oben. Das sind auf den ersten vier Plätzen, glaube ich, nur Gluraks. Und ja, es ist halt ein fettes Glurak-Set. Nochmal ein Dark-Rei. Ja, und selbst das normale Glurak EX war zumindest, als ich die Liste geschrieben habe, bei über 20 Euro. Hat sich wahrscheinlich mittlerweile wieder ein bisschen geändert, weil die Preise relativ schnell fallen. Ja, aber auch das Glurak hätte ich gerne ein paar Mal. Ich habe es natürlich schon zweimal in der seltensten Variante. Aber damit würde ich ungern spielen wollen. Auch hier nichts. Deswegen, oh, Pala-Film, das nehme ich natürlich auch. Aber ich glaube, da habe ich auch schon vier oder fünf Stück von. Ja, deswegen brauche ich auch Glurak in der normalen EX-Variante nochmal. Also kann hier gern nochmal was kommen. Ich meine, der Illustration-Rail-Hit im ersten Booster war schon mal sehr, sehr gut. Und auch das Koraydon. Aber ich bin damit noch nicht zufrieden. Ich möchte noch mehr. Stoutland, das habe ich irgendwie auch noch gar nicht gesehen auf dieser Wiese. Ist ja ganz schick, würde ich mal sagen. Frogadier, Inkay und ein Bronzor und dahinter ein Togekiss. Auch das schon sehr oft gesehen. Was aber daran liegt, dass es einfach gar nicht so viele Holos gibt. Es ist auch ein viel, viel kleineres Set als das letzte. Entwicklungen aus Paldea. Das war echt gigantisch groß. Das hier ist jetzt auf jeden Fall wieder Humana. Was ich auf jeden Fall sehr cool finde. So aus Sammlersicht ist das schon angenehmer. Und ein Amoongus und dahinter eine Gita, die ich auch schon in der alternativen Variante habe. Noch drei Booster-Packs. Es geht immer recht schnell mit diesen Boxen. Aber die sind auf jeden Fall ein netter Snack immer. Für zwischendurch. Und die Boxen hebe ich mir auch immer auf. Da kann ich Sachen drin lagern. Ein Bouts von Komia habe ich, glaube ich, schon letztens gezogen. Ein Apsi-Aman. Ein Whiskash. Und ein Sig-Sigun. Oh, und einen Rhyme. Okay, es ist auf jeden Fall absolut keine gute Karte. Aber mein Full-Art-Trainer-Ordner freut sich über Rhyme. Auch wenn ich Rhyme echt nicht mochte im Spiel. Die war ganz schön cringe, muss ich sagen. Ziel drei Karten und der Gegner muss dann Pokémon austauschen. Also es ist im Prinzip drei Karten ziehen und ein Fluchtseil. Kann man machen. Kann man machen, wird aber sicherlich nicht so viel gespielt werden. Wenn überhaupt, wenn irgendwann mal gespielt werden. Wir werden es sehen. Aber es ist nicht die beste Karte. Aber mein Full-Art-Trainer-Ordner freut sich. Und hat eine Arena-Leiterin jetzt mehr am Start. Arme Rouge Amungis. Und, oh yes! Lechonk! Das ist auf jeden Fall eine der schicksten Karten aus dem Set, finde ich. Lechonk hat sich nämlich hier richtig geil fett gefressen. Oder so ein schönes Fresskoma hier. Das sieht wirklich schön aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Wie zufrieden ist hier am Napf liegt. Das ist wirklich fantastisch. Ist dahinter vielleicht noch was? Nö. Ein Chirox. Aber wir haben noch eine Glustration Rear gezogen. Das sind schon zwei aus neun Boostern. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Lechonk! Richtig geil. So, letztes Booster-Pack ist ein Glurak-Pack. Wir haben eigentlich ziemlich gut gezogen. Wenn hier noch was drin ist, wäre das absolut krass. Also die Pull-Rate war bis jetzt sehr, sehr gut. Ich nehme natürlich noch mehr. Aber ich bin auch jetzt schon mega zufrieden. Wir schauen einfach mal, ob hier noch was drin ist. Wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Aber ich nehme gerne noch was. Das ist ein Diktri. Ich nehme vor allem gerne ein Glurak-PX. Ah, ein Clay-Doll, was hier gerade die Erde zerstört mit seinen Laserstrahlen. Ja, wir können uns gerne noch mal die vier coolen Hits angucken. Da war Choraydon dabei. Habe ich auch noch nicht. Und vielleicht wird das ja irgendwann mal spielbar. Also ein netter Hit. Eine Full-Art-Trainerin nehme ich immer. Natürlich auch Trainer. Full-Art-Trainer generell nehme ich sehr gerne. Und am liebsten nehme ich aber Illustration Rears. Und zu Glück haben wir zwei davon gezogen. Lechonk, ein wunderschönes Artwork. Fettgefressenes, sattgefressenes. Schlaf-Fresskoma Lechonk. Und ein Auto-Revelroom. Ich muss sagen, die Karte ist auch echt weniger cool. Vor allem, wenn man jetzt mal die beiden vergleicht. Ja, Lechonk ist ja wohl so viel cooler. Ist aber die seltenere Karte. Und ist auch eine Doppel-Goldstern. Ja, Revelroom hat mir auch noch gefehlt. Nehme ich sehr gerne. Das war eine sehr, sehr coole Trainerbox, muss ich sagen. Sehr gute Hits. Das nehme ich doch immer sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet auch schon ein bisschen Erfolg mit dem Set. Die Top-Trainerbox habe ich natürlich von Pokecorner. Vielen Dank, Pokecorner an dieser Stelle. Checkt gerne den Link unten in der Beschreibung, wenn ihr auch zuschlagen wollt. Das sind gerade sehr, sehr gute Preise. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Set noch ein bisschen fällt in den nächsten Wochen. Das war jedenfalls bei Paldea Evolved und bei Karmicin und Purpur auch so. Also ich glaube, wenn ihr noch ein bisschen chillt, wird das noch billiger. Aber ich finde einfach, für den Preis kann man nicht viel falsch machen. Diese geile Glumanda-Promo hier ist schon allein ziemlich cool. Man hat die Box. Und wenn man Glück hat, auch so nice Hits wie hier drin. Also checkt das gerne mal aus. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!